Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zu besprechen von How to Have Sex. Ich bin Nesdu und bei mir ist Lida. Hallo. Hallo. Bevor wir darüber reden, worum es in dem Film geht und was soll ich sagen, ob der Film gut oder schlecht ist. Es geht in dem Film ja um eine, ich glaube Kreta ist es oder in Kreta spielt es, ne, meine ich. Nee, es spielt wenigstens richtig. Ah nee, doch ja. Ja, da hast du wohl recht. Es spielt auf Kreta. Ich muss nämlich nur mal vergewissern, dass die Stadt Mania heißt sie oder der Ort besser gesagt tatsächlich auf Kreta liegt, aber es tut ja. Ja. Wer nur eine von unseren vielzähligen Besprechungen gehört hat, der wird sich sicherlich eines schon denken, aber ich dachte, ich frage trotzdem mal. Ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe keinerlei Erfahrung mit diesen, ich denke es mal, Partyurlauben und bin auch dafür nicht zu haben. War ich nie und werde ich nie. Wie sieht es bei dir aus? Hast du mal so einen Partyurlaub gemacht in Mallorca, Kreta, Ibiza, wo es hier nicht alle gibt? Nein. Also ich habe nicht viel Urlaub in meinem Leben gemacht und bin auch generell nicht der Mensch, der sich einen Partyurlaub wünschen würde, wenn ich irgendwie mir eine Traumreise oder dergleichen vorstelle. Ja, da sind wir schon zu zweit. Mal gucken, ob sich unsere Meinung dann auch ähnelt, was den Film anbetrifft. How to have sex ab 7. Dezember im Kino und worum es geht, das kannst du uns bitte kurz verraten. Es geht um drei jugendliche Mädchen, Tara, M und Sky. Tara ist im Fokus der Handlung, die beschreibt, wie sie denn zwischen dem ganzen Feiern, Trinken und mit Jungs flirten versucht, zum ersten Mal Sex zu haben bei dem Urlaub, den diese drei Mädels auf dem genannten Ort Mania machen. Und es ist also kurz bevor sie die Schule verlassen, wie dann allerdings sich herausstellt, hat Tara nicht den Abschluss geschafft. Es steht also sogar eine Trennung dieses Freundschaft, also dieses Freundinnen-Trios bevor. Und so verdunkelt sich dann schon ein bisschen die Stimmung Terras, insbesondere weil sie merkt, dass dieses, ja, Abarbeiten der Sexpflicht oder der Sexwunsch ist, der so vage im Rauch steht, sich nicht ganz so erfreulich gestaltet, wie sie sich das vorgestellt hat. Sie gerät dann so ein wenig in einen, ja, physisch-emotionalen Zwiespalt zwischen zwei Jungs. Nämlich zum einen ist da so der britische Scherzkeks Badger, den sie ganz süß findet und das Interesse ist offenbar gegenseitig. Und dann ist da Badgers Kumpel Heddy, der, wie soll man sagen, leichter zu haben ist. Und so kommen sie, dann kommt sie dann eigentlich dem näher, dem sie gar nicht so gern nahe sein möchte. Aber der ist eigentlich nur ein Ersatz für den, auf dem sie eigentlich steht. Also Teenie-Probleme are musts. Ja, vielen Dank. Ähm, was ich dem Film wirklich anrechne, ich finde, ich habe selten nicht mehr Figuren gesehen, in diesem Alter entsprechend, wo ich wirklich sagen konnte, ja, ich glaube wirklich, dass es diese Art von Figuren gibt. Und oftmals sind diese Teenager ja sehr klischisiert, sehr stereotyp. Und die sind auch sehr stereotyp. Es ist aber, ich finde, dass sie trotz, also die Regisseurin hat ja auch das Drehbuch geschrieben, es einen guten Job dabei macht, dass ich so als Fouilleur dazu gucke, wie die halt Party machen und dadurch nach und nach so ein bisschen was von ihrer Persönlichkeit erfahre. Und gerade die Hauptdarstellerin Mia McKenna-Bruce als Tara macht da einen herausragenden Job. Wie hat dir das gefallen? Ich kann dir zur Hälfte zustimmen und zur Hälfte nicht. Ich bin absolut dabei, dass ich sage, ja, die Darstellerinnen und auch die mehr auf die Nebendarsteller-Schiene geschobenen männlichen Figuren hier, die sind wirklich wunderbar. Die geben den Figuren Authentizität und leben die aber meiner Meinung nach im Drehbuch nicht so sehr vorhanden ist. Ich fand die Figuren ziemlich klischeehaft und denke, dass da die Wahrhaftigkeit wirklich den Darstellenden zu verdanken ist, aber nicht dem Drehbuch, an dem ich so einiges auszusetzen habe, wozu ich da später noch komme. Okay, ich bin gespannt. Ich muss wirklich sagen, also wie ich es zu Beginn schon gesagt habe, diese ganze Partysache da mit diesem Urlaub und so ist nicht mein Ding. Und ich muss sagen, es gab Momente, wo ich fast schon das Gefühl hatte, dass der Film auch fast schon Probleme damit hat, nicht wertend darauf einzugehen. Also wir sehen ja zum Beispiel so Partyspiele, wo da irgendwie drei Typen in einem Pool stehen und da müssen sich irgendwie drei Mädels an ihm ranmachen und der Typ, der zuerst eine Reaktion bekommt, verliert. Und es hat mich echt angewidert und dann habe ich halt mal ein bisschen recherchiert und ja, du wirst es nicht glauben, das wird wirklich gespielt. Und ich finde diese Welt, die da gezeigt wird, sie ist nicht meine und ich finde sie stellenweise echt ein bisschen abstoßend. Aber ich glaube wirklich, dass es sie so gibt und ich finde das eigentlich ganz authentisch, was die Regisseur damit so geschaffen hat. Vielleicht kann man ihr durchaus ankreiden, dass sie zu spät damit beginnt, diese Welt, sage ich mal, zu kritisieren. Ich denke nicht, also da kommt der Punkt, wo wir auseinander driften. Zum einen denke ich nicht, dass sie zu spät damit beginnt, diese Welt zu kritisieren. Im Gegenteil, ich denke, der ganze Film ist eine Kritik dieser Welt. Und der Film ist im Prinzip eine sehr altmodische Parade. Ich würde sogar sagen, die größte Stärke der Regisseurin, und das meine ich jetzt nicht ironisch, ist, wie sie es schafft, diese super biedere altmodische Parabel tatsächlich modern und freizügig aussehen zu lassen, sodass die Leute sich das angucken, indoktriniert werden, aber nichts davon merken. Und das ist, da ist Goebbels ganz meiner Meinung, die perfekte Indoktrination. Indoktrination. Gute Indoktrination ist nicht, dass man jemanden mit dem Holzheim auf den Kopf haut. Das muss laufen, ohne dass die Leute es merken. Und das kriegt dieser Film wunderbar hin. Weil, wenn wir uns genauer angucken, einfach nur die gute alte Klischee-Geschichte ist, schon wenn wir die Figuren uns ansetzen. Wir haben hier die Hauptfigur Terra, um die es geht. Und dann haben wir ihre Freundin, Emma und Sky, die Gute und die Böse. Wir haben hier die, ich glaube, das ist die Sky, die, ja, wie wir schon früh mitkriegen, offenbar neidisch auf Terras aussehen ist und sich ebenfalls an Badger ran macht. Also die beiden wollen den gleichen Typen. Und ohne, dass Sky das offen ausspricht, dass sie hinter Badger her ist und quasi sagt, oh, wir wollen ihn beide oder lass uns drüber reden oder wer kriegt ihn sozusagen, wer machen oder konkurrieren wir beide um ihn. Und da gräbt sie die Flirtversuche ihrer Freundin, die eine wesentlich bessere Chemie mit ihm hat, spricht schlecht hinter ihrem Rücken zu Badger und wiederum schlecht über Badger zu Terra, um Terras Interesse eben zu ersticken sozusagen. Und wir sehen dann hier Anne. Anne ist die nette Freundin, die zuhört, die auch, wie man denn schon merkt, heuscher ist als Sky. Also Anne hat auch mit einem dieser drei Jungs angebandelt, aber man sieht die beiden immer nur sich umarmen, ein bisschen kuscheln. Sie sind offenbar ein viel zurückhaltenderes, zärtlicheres Pärchen als die eher auf physische Zweisamkeit fokussierten anderen vier. Und dann wird Terras quasi Entscheidung jetzt quasi einfach sagt, das ist bei der Urlaub, an dem ich Sex haben will. Darum machen wir es jetzt einfach, auch wenn der Typ nicht der Perfekte ist, was ja jetzt auch kein Verbrechen ist, denn man merkt ja auch ganz eindeutig, dass Paddy auch jetzt erstmal eigentlich mehr an Sex interessiert ist als an Terras Persönlichkeit. Und hey, sie ist ein Teenager auf einem Partyurlaub, dagegen spricht ja nun absolut nichts. Aber das ist dann natürlich eine schlimme Erfahrung. Darburg, Terras fühlt sich gar nicht wohl danach. Es gibt ja noch eine spätere Szene, in der es nochmal zu sexuellen Handlungen kommt, die dann schon eindeutig übergriffig konnotierend sind und fast schon in sexuelle Gewalt ausarten. Und so wie der Film das darstellt, ist das eben die Strafe dafür, dass Terras so freizügig war und sich an den Zeichen herangemacht hat. Wir haben hier also ein ganz klartes Moralkonstrukt. Also sehe ich vielleicht gar nicht, dass diese Zweitintimität, die aus meiner Perspektive eine ganz klare Vergewaltigung ist, dass es eine Bestrafung ist. Das sehe ich tatsächlich ganz, ganz anders. Findest aber trotzdem ganz spannend, deine Sichtweise darauf, weil dieser Film erzählt halt von einer Welt, die mir persönlich halt so fern ist. Ich bin nicht mehr in dem Alter, ich war auch damals in dem Alter nicht in diesen Kreisen, nenne ich es mal unterwegs, in diesen Partykreisen. Und finde aber, dass die Regisseurin da einen relativ guten Job macht, dass mir diese Terra halt wirklich auch irgendwann nicht zu den Herzen geht, aber sie interessiert mich halt am meisten von den Leuten da. Und ich muss auch sagen, dass ich auch aus einer persönlichen Erfahrung heraus diese Sky gar nicht so als Antagonistin wahrgenommen habe, weil ich das selbst kenne, wenn du mit Leuten unterwegs bist und dann passiert irgendwas, was dich vielleicht stört, dann kann es schon mal so wirken, dass man selbst halt einfach wie ein Arschloch sich verhält. Und das tut diese Sky ja einfach unserer Perspektive. Aber auch nur, weil wir, glaube ich, so sehr auf Terra geeicht sind. Ich finde es eigentlich sehr gut, wie die Regisseurin diese, ich nenne es mal Dynamik dieser Gruppe darstellt. Weil wenn ich ehrlich bin, ich war zwar nie auf so einem Partyurlaub, aber sowas ähnliches, glaube ich, das kenne ich. Also ich würde das gar nicht so sehr als gut und böse unterscheiden. Ich glaube halt einfach, dass die M vielleicht wirklich die dickere Freundin ist als diese Sky. Wir sehen ja dann noch in einer späteren Handlung einen weiteren Vergleich, wo nämlich diese Freundesclique der Mädchen und die spiegelgleiche Freundesclique der drei Jungs verglichen werden mit einer Gruppe junger Leute, die Terra trifft, als sie einmal alleine sich in dieser Party-People-Crowd verliert. Und da wird dann eben gezeigt, quasi so sieht wahre Freundschaft aus. Man kümmert sich umeinander, man guckt aufeinander, weil sich diese zweite Gruppe, die sie dann kurzfristig kennenlernt, aber wieder verlässt, sich eben so verhält, wie ich es vielleicht, ja, so wie ich es eher kenne, zum Beispiel Dinge, die in Terras Gruppe da mit Sky und so weiter nicht passiert, dass man immer darauf achtet, dass niemand irgendwo verloren geht. Oder dass man auch, wenn jemand völlig betrunken ist, den oder die wieder mitschleift, weil das eben gefährlich sein kann, gerade in so einer Party-Crowd einfach, wenn da jemand zusammenbricht oder irgendwo am Straßenrand zurückbleibt, weil man überfallen werden kann, weil es zu sexueller Gewalt kommen kann, auch weil man einfach beklaut werden kann oder weil man eine Alkoholvergiftung oder eine Drohüberdosis haben kann und dann keine Behandlung kriegt, dann alle nur denken, oh, da ist einer besoffen. Und so wird das ja nochmal negativ gespiegelt. Ja, wie gesagt, ich sehe es halt anders. Also ich, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich verstehe deine Punkte, aber für mich kam das nie so richtig an. Was ich mich tatsächlich mehr gefragt habe nach dem Film ist, ist es ein Film, der didaktisch ist? Und wenn er das sein möchte, lässt er da nicht einen wichtigen Punkt aus und vor und das ist halt eben die, ich sag mal, Nachsorge, weil du hast ja schon, wir haben schon gesagt, das kommt ja zu sexuellen Kontakten und einer davon ist halt nicht so wirklich freiwillig. Wäre es dann vielleicht nicht noch ganz gut gewesen, wenn der Film diese Thematik noch aufnimmt und halt den Leuten noch mit auf den Weg gibt, was man danach hätte tun sollen müssen oder etc. Ich kann nicht Deutsch, es tut mir leid. Also die Frage an dich einfach, glaubst du, das ist ein didaktischer Film und wenn ja, hat er seine didaktische Aufgabe erfüllt? Ich sehe nicht, ich denke nicht, dass Filme eine didaktische Aufgabe haben, aber ich denke, dass er, wie ich bereits gesagt habe, in negativen Sinne didaktisch ist, auch weil er sehr fragwürdige Konstrukte von sexueller Konsens und Mündigkeit und Grenzüberschreitung hier uns präsentiert. Zum Beispiel haben wir hier wieder so eine klassische Szene, wo uns indirekt vermittelt wird, dass ja eben das Opfer die Schuldige sei. Zum Beispiel, weil wir ganz klar Szenen haben, in denen Patty fragt, ist es jetzt okay, was ich mache? Und sie sagt ja und danach fühlt sie sich scheiße. Und da haben wir hier im ganzen Teil dieses Kontrakt, ja, das ist halt typisch Frau, sie stimmen erst zu und dann nachher tut es ihnen leid und dann sagt sie gegenüber ihrer Freundin, oh naja, ich wollte es nicht und so. Also, dass der Film hier Dinge konstruiert, die sehr, sehr problematisch in ihrer Aussage sind. Aber ich finde, also ich habe es so wahrgenommen, dass sie dich nach dem ersten Mal oder nach ihrem ersten Mal hat nicht besonders gut fühlt, weil es zum einen nicht so war, wie sie es sich vorgestellt hat, ja. Und zum anderen war ja auch immer ein gewisser Druck dahinter, ja. Es war ja auch immer so diese scherzhafte, so, ja, die Tara, die ist noch Jungfrau und so. Von daher konnte ich das schon nachvollziehen, dass sie halt danach in Anführungszeichen schlecht drauf war. Wie gesagt, weil das erste Mal ist halt nie so, wie man es sich vorstellt, sagen wir mal ehrlich. Und das beim zweiten Mal, wie gesagt, das ist halt für mich eine ganz klare Vergewaltigung. Und dass man sich dann, und da trägt sie auch keine, ich meine, kein Vergewaltigungsopfer hatte jemals eine Schuld, dass es vergewaltigt wird. Und ich fand diese Machtlosigkeit auch, weil sie war nicht so, also ich hatte das Gefühl, dass diese Figur, diese Tara, gerade bei der zweiten Intimität, bei dieser Vergewaltigung, auch komplett überfordert mit der Situation war. Ich denke, also aus meiner Sicht, ist da der moralische Unterton einfach zu stark. Insbesondere, weil ja hier die Aussage des Films ganz klar ist nicht how to have sex, sondern how not to have sex. Was der Film quasi vermittelt ist, wenn ihr zu früh Sex habt, ist das ganz, ganz schlecht. Bloß nicht, also man sollte auf den richtigen warten. Es muss doch richtig Gefühl dabei sein. Und dass er gerade diese Sex aus Spas, diese Quickie Culture, dass er das verurteilt und dann sogar noch so quasi sagt, richtig so wie Großmama, das manchen Mädels vielleicht auf dem Weg mitgegeben hat. Ja, und wenn du dich so verhältst, dann musst du dich ja nicht wutnen, wenn dir was passiert. Du hast es ja herausgefordert. Und dann haben wir eben auch dieses Problem, dass diese Mädchen und auch die Jungs sich ja also sehr unreif, manchmal sehr infantil verhalten, aber zugleich eben auch wesentlich älter aussehen, als sie eigentlich sein sollen in der Handlung. Und so gut wirklich die Darstellenden sind, ich habe das ja schon mehrfach gelobt, ist das aber eine Diskrepanz, dass wir hier Leute sehen, die eindeutig weit über 20 sind und auf die, also ich denke teilweise auch auf die 30 oder mindestens Mitte 20 und die jetzt irgendwie so 16-Jährige spielen sollen oder 17-Jährige. Das klappt dann halt nicht mehr, weil das doch schon ein Altersunterschied ist. Ist jemand 16, 17 oder 27? 20, das sieht man und merkt man auch einfach und deswegen wirkt es auch, ja, bizarr. Auch da ist super leid, kann ich dir nicht beipflichten. Also vielleicht liegt es einfach daran, weil ich nicht genug mit jungen Leuten unterwegs bin, aber für mich war das eigentlich immer klar, okay, sind halt eben Anfang 20. Das war tatsächlich bei mir nicht das Problem. Ich glaube, ich hänge einfach zu viel mit alten Säcken ab. Ich glaube, das ist das Problem. Ja, aber sie sollen ja in der Handlung jünger sein. Die sollen ja in der Handlung 16 sein und selbst wenn du sagst, die sehen für dich aus wie Anfang 20, dann bestätigst du zumindest zum Teil, was ich sage, weil selbst du sie dann gut ein halbes Jahrzehnt älter geschätzt hast im Film, als sie im Film eigentlich sein sollen. wenn mir ein Film sagt, Nick Nolte spielt eine 14-Jährige, dann sage ich, Nick Nolte ist jetzt 14, damit kann ich leben. Ja, ja, Suspension of disbelief, ja. Genau, genau. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest zu How to have sex? Nein. Gut, dann fange ich mal an mit meinem Fazit. Ich fand den Film toll. Er war großartig gespielt. Ich fand ihn sehr bewegend. Das ist immer so, ach, es klingt immer so ein bisschen doof, aber ich fand ihn irgendwie bewegend, auch wenn er in einer Welt spielt, die mir komplett fremd ist und die ich eigentlich nicht mag, fand ich ihn dann noch ganz, ganz einnehmend. und ich habe nach dem Film mit ein paar Kollegen auch noch gut bestimmt ein, zwei Stunden über den Film geredet, das ist schon viel wert. Also ein Film, über den sich deine nachhaltige Diskussion nach dem Film auch durchaus lohnt. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob das ein Film ist, der jetzt die, ja, das Zielpublikum nächstes Mal in die Kinos lockt. Hoffen wir es mal, aus meiner Perspektive. Für mich war das eine tolle Filmerfahrung dieses Jahr und ich gebe eine Empfehlung ab und jetzt darfst du. Ja, es ist die gleiche alte Moralbeschichte, die wir schon sehr, sehr oft gehört haben, dass Freizügigkeit vermeintlich bestraft würde und man doch am besten sich in Zurückhaltung üben sollte, gerade als weiblicher Mensch und da kann ich überhaupt nicht übereinstimmen. Die Darstellenden, ich sage es noch einmal, sind fantastisch und auch wenn diese Partikal-Schreiter teilweise authentisch eingefangen wird, denke ich, gehört dazu noch nicht so viel mehr, als sich tatsächlich dorthin zu begeben mit der Kamera. Aber wenn der moranische Zeigessinger immer dabei ist, dann fragt man sich wirklich, was noch kommen wird, wenn das schon das Debüt einer vergleichsweise jungen Regisseurin ist. Für mich ein weiteres Zeichen dafür, dass wir in einer eindeutig neokonservativen Ära leben, wo selbst das, was tolerant sein will oder sich als tolerant ausgibt, einfach von, ja, Biederkeit durchzogen ist, daher von mir ganz klar keine Empfehlung oder wenn ihr es euch anseht, dann als Lektion über versteckte Ideologien in Filme. Alles klar, damit sind wir hier durch. Vielen Dank, bis zuhören. TeleStammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, außerdem auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de Ich sage auf Wiedersehen und Lieder, dir gebührt das letzte Wort. Bye, bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.